ladies and gentlemen willkommen zu einer weiteren folge von let's play minecraft iwolf 20 immer noch mit dabei der mann der kann oder auch nicht der streetiger 2 ja einen wunderschönen guten hallo so wir sind ja jetzt nicht mal lang gekommen haben auch so eine wundervolle ganz kurz ganz kurz ganz kurz ich war ja das letzte mal noch eine fledermaus nicht dass sich deine zuschauer jetzt da ein bisschen wundern ja stimmt ja genau ja ja das ist jetzt der zweite termin weil ich beim ersten termin leider ganz ganz kurzfristig weg musste und ja wir haben jetzt auch er hat jetzt einen anderen server ja da gab es ein wundervolles problemchen so zum thema gar nicht mehr erreichbar ja ach serverprobleme die kenne ich auch vorjag wenigstens grüßen ja kann man nichts machen nee kann man nichts machen so und ich habe und er hat mir noch einen wisp gezeigt und den habe ich jetzt noch getötet damit ich dann natürlich auch so schön schnell wie er bin und natürlich auch so viele herzen habt ihr ja ich fühle mich wie eine auf jeden fall ja wir sind jetzt mal ein bisschen erkundet geflogen wie man hier so wunderbar sehen kann bisschen ist gut ja ja also offiziell sind wir jetzt 5000 meter entfernt vom portal fast 6000 haben wir so eine wundervolle hecke gefunden ich würde sagen der gärtner hat auch nicht versagt ja definitiv so und direkt hier nebendran sind die twilight highlands und hier müssen wir jetzt wenn wir in die achievements schauen in der trollhöhle die lamp of cinders finden ja so du hast aber gerade eben noch was gesehen was ich noch nicht gesehen habe ja da oben sind wolken die sind riesengroß ach da ja das ist aber nicht südwesten ja nee da und das ist die zweite ja das ist die zweite ich hab da hinten noch eine gesehen alter alter was ist das für ein baum das stehe ich schon wieder drin das gibt es doch gar nicht ja bei mir finde ich das echt ok krass ich kann den ich kann den aber nicht ich kann den aber nicht ich aber aber ich nicht warum kann ich nicht du musst relativ in der mitte ne geht gar nicht ah jetzt hey was haust du zurück was nicht zurück zu hauen ey mit mini leg komm stirb 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 ah wie viel hat er noch naja 8 5 2 0 cool ohrenschwert kann ich das auch heben Klaus ja ich hab gehört wir müssen farmen meinst du ich hab gehört wir müssen kämpfen ja die sehe ich nicht du wirst davon deine normale form achso okay äh ähm so wunderbar ja hallo 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 Ach der Stein ist riesengroß. Das sieht aber echt geil aus. Jaja, ist ja echt cool gemacht. Welche Mod ist denn das? Auch Twilight Forest. Auch Twilight Forest? Krass. Komm jetzt stell mal den Kiesel dahin. Wir müssen weiter. Das sieht aber echt geil aus. Das Riesenschwert hat nur eine Attack Damage von 5, aber eine Durability von 1024. Ja, die Pickaxe auch. Breaks Giant Blocks. Na gut. So. Kann man doch mal, dass wir so einen Cave finden. Jo. So. Also hier gibt es auch einen wundervollen Trollstein. Mit zwei Enden. Das ist schon unten, oder was? Das ist kein Fallschaden. Nein. Auch nicht mit der Federmaus. Ach so, okay. Ja, gut dann. Ja, Trollsteine, genau. Ja, Trollsteine, genau. Ja, aus dem kann man nur eine volle Fassaden machen. Ja, super. Ja. Oh, Vögel. Was sind hier? Was sind hier? Ein Wundervoll, ja. Ah. Hallo, Trolle. Ah, ich weiß nicht, ob... Ich hab keine Ahnung, wie die aussehen. Ich hab noch nie einen gesehen. Ja, ich auch noch nicht. Ich glaub, das gibt noch eine böse Überraschung. Hm, wahrscheinlich. Ja, ich glaub, wir sollten ein bisschen zusammenbleiben. Na, da unten bist du, okay. Ja, ja. Ich bin noch nicht so weit weg. Hier sind Pilze. Krass. Ne, Pilze, nicht krass. Ja, ich hab krass gesagt... Oh, guck mal, hier ein Troll. Wow. Alter, das sieht ja hässlich aus. Vor allem, schau dich gerade an und du schwebst über mich. Sieh nur Street, Digga 2. Ja, danke. Ich bin kein Troll. Ah, noch nicht. So, jetzt bin ich ein Troll. Oh, hier, blödes Skelett. Hau ab. Das ist schon der nächste Troll. Oh, noch ein Troll. Alter! Ich brauch einen Bogen. Also, dann müssen wir ja erstmal den ausleuchten, oder? Ja. Ich geh mal in den Kampfmodus. Pss. Oh. Wo schießen sie? Oh, schießen sie. Oh, der hat einen schönen Hut auf. Ah, jetzt geht das schon wieder los. Das ist meiner. Oh, Silver, okay. Wo steckst du schon wieder? Ich bin hier noch ein bisschen am rumfliegen und am ausleuchten. Ah, okay. Giant Obsidian. Giant Obsidian. Äh. Kannst ja mal den Mulle ein bisschen trollen. Oh, hm, hm, hm. Alter. Werde ich abgeschossen. Hä? Ach, von da oben. Hey, wo kommen die ganzen Skelette her? Jetzt mal im Ernst. Ich hab keine Ahnung. Oh, ich hab auch Giant Obsidian gefunden. Äh, ich wollt grad hochfliegen. Ja, super. Wenn ich nicht Morph bin, dann geht das auch nicht. Weißt du was? Ich hab ja hier die Giant Pickaxe. Vielleicht ist da was drin. Könnt sein, ja. Ah, das geht aber schon noch. Mal schnell, oder? Ja. Also abbauen können wir uns auf jeden Fall. Bäh. Dann komm ich nicht. Also jetzt. Oh, oh, da ist ne Doppeltruhe. Also zwei Doppeltruhen. Ui. Ui. Lab of Tinder. Hast du die Dings, oder was? Ja, die hab ich. Die hab ich. Ach, geil. Das ging schnell. Jawohl. Ja. Wahnsinn. Was kann die jetzt? Wow. Ey. Was war das? Aua. Wer war das? Der hier. Oh. Da. Drecksack. Name of Cinders. So, das haben wir jetzt, oder? Jo. Make it past the Fournets and lock the door of the castle? Wat? Brrrr. Ich hab, glaub ich, keine Ahnung, was hier ist von uns vorhin. Du sollst die Lampe reiben und dir was wünschen. Oh, ein Kriber. Hallo. Ja. Ich glaub wir können hier raus, oder? Jo. Da. Wo, wo, wo geht's lang? Ich hab keine Ahnung. Oh, direkt hier vorne. Wo direkt hier vorne? Ja, toll. Ja. Ja, da wo die Blöcke sind. Ich bin hier neben bei dir. Okay. Kommst du quasi hier? Siehst du mich? Ne, ich seh dich nicht. Ich seh bloß mein komisches Glitzer. Ach, jetzt da. Ja, hier. Ja, okay. Und dann einfach nur da oben. Oh, sehr schön. Bäh. Wollt, ich glaub mit der Lampe kannst du die Dornen da niederbrennen. Ja, das glaub ich auch. Ich hab irgendwie im Gefühl, wenn ich das jetzt mache, wird ein gigantisches Feuer geben und das Server fängt an zu lecken. Ah, das glaub ich weniger. Mal schauen. Ich platze auf. Bist du da? Ja, ja, ich bin da. Ah, da oben bist du. Okay. Ja, Produktivität. Ui. Ah, toll. Jetzt kannst du abbauen, ne? Ja. Ist ja geil. Das war richtig schnell. Ja. Die sind jetzt wahrscheinlich zu Aschen verbrannt oder sowas. Oh, da war ne Lost Map. Hm? Da war ganz so ne Lost Map. Alter, was? So ne Lost Map von Factorization, so ne verlorene Karte. Ach so, okay. Ja, da kommst du zu diesen wundervollen Figuren, die du eben gesehen hast. Okay. Ich mach mal die ein bisschen. Ach, dich! Du kannst einfach durchlaufen. Weißt du? Ne, da hast du wahrscheinlich die Garte abgemacht, wo ich stupf war. Aua. Hast du die Garte weggemacht, wo ich am Buddeln war. Hahaha. Also wenn irgendeiner mal nen Gärtner braucht, ne? Ich hab die Lampe. Hm. Du vielleicht? Ja, demnächst. Demnächst. Hm, da brauchst du nicht meine Axt für, da kannst du mit der Hand machen. Ja, sowas. Jawohl. Ist genauso schnell. Ja. Wo? Wo? Wo ist er? Ich bin hier quasi auf dem Boden. Weißt du was? Hm? Geh ich mal hier so. Ja, stimmt eigentlich, ne? Ja. Können wir eigentlich mal machen. Was hab ich denn da überhaupt? Magic Beans. Okay. Ich hab magische Boden. Guck mal hier. Hinter dir. Oh. Was kann man mit denen machen? Kannst du sagen, hey, Magic Beans oder was? Ja, genau. Kannst du vielleicht so eine Ranke wachsen lassen, damit du zu dem Baum kommst. Hä? Hä? Äh, jetzt in der Wolke. Das wär möglich. Hm. Boah, wo? Woher kommt der nochmal mit dem magischen Boden? Das frage ich mich jetzt gerade. Das war irgend so ein Märchen. Ja, ja. Das auf jeden Fall. Ähm. Ich weiß, das kann nicht mehr welches. Schon so lange her. Ja. Du, Speed. Hm. Ich hab ja was für dich. Ja, aber willst du mich jetzt verarschen oder was, ne? Mann. Ach, das musste gerade sein. Ja, ja. Oh, sorry. Ja, komm, einer reicht. So, aber wo ist jetzt dieser Wunderverleihengang? Ja, ja. Da frage ich mich auch gerade. Cracked Deadrock. Aha. Sind sogar die Steine hier aufgedrogen, ne? Oder ist das vielleicht hier? Boah. Nee, den kannst du nicht kaputthauen, ne? Nee. Okay. Wollen wir vielleicht mal drüberfliegen, bis wir irgendwie sowas sehen? Au. Ja, gut. Diese Chiefland haben wir ja schon, ne? Ja, wir müssen jetzt aber offiziell hier irgendwie eine Tür finden. Und ich schätze mal, dass man diesen Deadrock nicht abbauen kann, wird das hier irgendwo sein. Ja. Ja. Oh, guck mal hier, da sind Böcke. Ja. Äh, die sind tot. Ja, super. Street, Digga, 2 Tiermenschen und so. Was? Der Tierfreund von morgen. Nee, 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 die fallen in die Dornen rein. Ach so. Ja, ja. Also, komm, Junge. Ja, komm, bei dir weiß man nie. Ja, dankeschön. Ja, ich dich auch. Ja, genau. Machen wir jetzt hier oben irgendwo was? Da sind noch mehr Böcke. Was sind das eigentlich? Äh, Pickhorn Sheep. Okay. Aber irgendwie seh ich hier echt nix. Also ich bin hier grad oben drauf. Ja, ich versuch mal grad von außen rum irgendwo zu sehen. Oh, Mini Stonehenge, aha. Ja. Aber so eine richtige Tür hab ich noch nicht gesehen. Vielleicht sollte ich mal wieder was puttern. Oh ja, das ist eine gute Idee, ja. Ja, ist auch von mir. Ja, ich dich auch. Ja. Mhm. Aber zum Glück hat diese Lämmhoff sind jetzt keine Haltbarkeit. Ja, das wär auch ein bisschen doof, ne? Ja, bei dieser Dornanzahl. Im Prinzip kannst du hier mal komplett rumgehen und dann gucken, bis alle Dornen weg sind. Mhm. Mhm. Du, was hast du gesagt, wie lange hast du Zeit? Bis halb fünf? Ja. Ja, wenn das weitergeht, gibt das keinen. Mhm. Also jetzt mal so für die Zuschauer. Wir haben jetzt 14.09. 14.40. Ja. Also. Schreibt euch mal auf ne lange Session ein. Da war auch nix. Da warst du auch schon, ne? Sieht so nach Asche aus. Ja, ich bin jetzt schon ungefähr bei der Hälfte, aber ich seh immer noch nix. Ja. Ich hab gedacht, hier ist etwas, aber das ist so ein Obsidian mit Labus drauf. Mhm. Ja, jetzt müssen wir uns erstmal auf die Suche übergeben, ne, würde ich sagen. Ja, doof. Und es regnet auch noch. Mhm. Bin dann überlegen, ob wir dort aufzuführen machen sollen. Weil so... Aua, 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 aua. Aua, aua, aua. Ne. So ultraspannend ist das ja selbst nicht. Ne, aua, 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 aua. Alter, die machen ganz schön Schaden, die scheiß Dinger. Naja, ich fühl dich mal sehen, wie du in so einem Bett aus Dorn rumliegst. Ja, ganz entspannt, weißt du doch. Ja. Ich weiß, dass da so ein Fetisch, ne? Mhm, genau. Na, ich würd' sagen... Ich hab auch, ich hab auch meinen halben Garten im Bett. Hahaha. Oh man, ey. Oh man. Also, da haben wir jetzt schon, fliegt der Tierfreund und der Öko. Was kommt als nächstes? Was heißt ein Öko? Ja. Aua. Wo ist denn dieses verdammte Tor? Hm. Also hier waren wir ja schon. Ey, mit der bloßen Hand kriegst du die Asche schneller weg als mit einer Fackel in der Hand. Glaub ich. Und das kann auch sein, dass ich jetzt halt als Wisp da rum düse. Naja, ich glaub, das machen wir jetzt erstmal ausgehen. Ja, okay, Gott. Dann sehen wir uns gleich wieder. Jo, bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir haben's gefunden. Und? Wo ist der Eingang? Noch nicht da. Genau. Oh man ey. Also wir haben jetzt beide wirklich mal hier richtig viel weggebrannt teilweise. Ich hab denen auch noch mal so eine Lamp-Affizieners gegeben. Ja. So. Wir haben nix gefunden. Wir sind überall rum geflogen. Nix. War dann jetzt mal was mit Google und hab beim Entwickler höchstpersönlich vom Twilight Forest eine Notiz gesehen. Ja, hier ist Ende. Gibt noch kein Schloss. Ist auch geil, ne? Mhm. Warum hat er das noch nicht ins Spiel implementiert? Dass man einfach sagt, ja hier kannst du ruhig weitermachen, aber es gibt kein Ziel. Ja. Wie ist das irgendwie so eine Notiz oder so etwas? Ah je, ah je. Aber wie lange haben wir jetzt da rumgewerkelt? So halb, dreiviertel Stunde, ne? Ja, so ungefähr. War grad für'n Arsch. Ja. Na ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, fliegen wir erstmal nach Hause. Mhm, sehe nur. 5000 Meter. Boah, nur. Okay. Gut. Aber ich hoffe, wir können schon mal die Folge wenden. Ich glaube tatsächlich schon insgesamt dürften das jetzt mittlerweile schon 20 Minuten sein. Nein. Äh. Pfff. Ich weiß es nicht genau. Ich seh mein, ich seh mein, 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 mein Portalpoint gar nicht. Ja, bei mir ist einfach. Fangen wir mal von meiner Position aus einfach geradeaus. Sag mal, on, off. Das können wir mal off machen. Äh. Äh. Ja. Okay. Achso. Ja, okay. Von deiner Position aus geradeaus. Okay. Gut. 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 Ey, was, wie? Will ich Richtung guxen jetzt? Ähm, Richtung Westen. So... Ah, okay, ja. Nord-West-West. West. Soll ich mal. Nord-West-West-West-West. Ja. Ich fliege jetzt einfach mal in die Richtung. Aber ich würde sagen, wir wissen jetzt echt nicht mehr, was ich jetzt noch tun sollte. Also, wenn mal, fach mal hier die Folge. Gut. Welche Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, an der Computer-Tik alles in die Kommentare. Schaut doch beim Street-Tigger-2 vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. uts Steam beim Drive. Let's das τα schnau Male ABOUT MAXIM-2 us. Und enferm ayr oyun vaicapacit Garden. On die fre at de ottuna. use los auch für felles imbrich. Und das ist unạn дома.